ECHT NETT! Da unten im Magikraum war ja auch noch nicht unterwegs. Wir fliegen jetzt da hin. Und dann... Und dann... Oh Gott! Sollen wir auf den Markt schauen? Was es so gibt? Ui! Black Knight. Archer, Black Knight. 2Y. Crap, Crap, Crap for the Flashman. Handschick. Taro Phoenix. Storm Raider. Wolverine, Wolverine. Wyvern. Wie sieht es jetzt mit Waffen aus? Waffen. Ich brauche Waffen. Ah genau. Hardshell brauche ich auch noch. Hardshell. AC23, AC26. Die ist schon der Waffen hier. ARC26. Die bleb. Die bleb. Die bleb. Ehhhhh. Komm schon. Was ist denn da? Medium Variable Speed Pulse Laser. Eine Rack 2 vor der Piraten. Noch nicht sexy. Rotary Small Laser. Rotary Super Laser. Thunderbolt. Eine Ulb. Ui. Eine Ultra Elbe 5X Auto kennen. NETZ. 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 Jetzt werden wir schon mit dem Mech schauen. Ob ich irgendetwas zusammen basteln kann. Um es dann zu verhühen kann. Any later. Any later. Any later. Haben wir nicht irgendwelche Atlas. Wo ich verschärfen kann. Ehhhhh. 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 year. Klints. Ehh. Klints. Ehh. Kliints. Ehh. Was noch? Das kommt schon. Ehh. Kliints. Flie flie flie. Hornets. Chenna. Locust. Ok. Locust. Ein 10D. Habe ich den nicht schon zusammengebracht? Der SC. Ne 5C. Bauen wir zusammen. 5C. 6C. Bauen wir auch noch zusammen. 6C. S7. Was ist mit dem da? Der ist eigentlich... Komplett. Hat aber kein Engine. Hat aber kein Engine. Das Lodert anschauen. Geht doch. Ah, ich kann es mir nicht leisten. Haha, alles klar. Ok. Ich habe es verstanden. Ok. Ich habe es verstanden. Ok. Zeitverlauf. Zeitverlauf. Wiesen. Mechmarkt. Verkaufen. Verkaufen. Den Clint. Verkaufen. Äh. 5C. Verkaufen. Ah, der gibt kurz Geld. 50. Der 60. Der gibt auch kurz Geld. Komm. Raus mit der Kiste. Rein mit der Kohle. 7S. Äh. Ja komm. Weg damit. Her mit dem Geld. Na jetzt da, na jetzt da, na jetzt da. So. So wieder 28 Millionen. Das schaut doch gut aus. Äh. Ich wollte aber... Was war da gewesen? Irgendwas mit 200 Tonnen. Äh. Irgendwas mit 200 Tonnen. Äh. Ich habe gemeint, ich hätte einen Assassin. Ich hätte gemeint, ich hätte bei Assassin... Einen... Assassin. Da. Assassin. TP2. Genau. Den wollte ich immer noch bauen. Assassin. TP2. Blowout. So. Mal schauen, was das auch hat. Uh. 10 Energieheil. Uh. 10 Energy Slots. Uh. Hu. 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 Es könnte ja lustig werden. Ah. EAA-Kläser. Small Laser. Small Laser. Small Laser. Alles was. Wir machen jetzt erstmal mal ein Strip Mech. Strip Mech. Strip Mech. So. Dann kommt da eine Panzerung rein. Da nehme ich die Harbens. Ah. Genau. Gehen wir auf Max Armor. Jetzt schauen wir bei Struktur. Marine Forced. So. Dann schaut das schon ganz gut aus. Und dann brauchen wir eine Engine. Einen gescheiten Core. Damit der richtig schön schnell ist. Was hab ich denn da noch? Ah. 340er Core. Da kommen wir noch eine 340er Engine. So. 340er Engine. Und dann haben wir da. Ein Netz. 4 hier. 4. 4. 4. 4. Okay. 4. 5. 0 or 2. 0 or 3. 0. ihr alt im lesen ihr art small laser dieses quatsch das ist quatsch die small laser quatsch die kritische gettliss einbauen gettliss gettliss und nochmal gettliss ein haywire das könnte interessant werden ein haywire die heavy plasma so was dann haben wir da noch ein heavy plasma rein dann nehmen wir noch ein paar haywire die 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 So. Lübpoft-Arch-Elaser. 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 Hier hin. Ja schau. Geht doch. Hundertdachtstunden haben wir schon. Das ist ja wunderbar. Wunderbar! Wunderbar-Wikinese-Sack. Motor-Wärmetauscher. Ich habe aber eine Alpha-Heat von 83. Das heißt, ich brauche von der Cleaner die Cooling-Lines. Cooling-Lines von der Cleaner. So, dann sind wir bei Alpha-Heat von 83. Heat-Kapazette von 130. Weapon-Heat von 143. Cooling-Lines von 83. Cooling-Lines von 83. Könnte-Allerei theoretisch... Ah, stimmt. Munition. Die Getless. Braucht eine Munition. Ah, hab ich nichts mehr. So. Ähm. Haywire. Da haben wir Plasma gebraucht. Was haben wir da drin? 60 Schuss. Plasma. Da haben wir 4 Tonnen, oder? Plasma. Und dann haben wir noch Haywire. Und dann haben wir noch Haywire. So. 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 Da haben wir jetzt ein paar Knuckles noch eine. So. Das ist gleich noch ein bisschen besser gepanzert. 2,9. So. Jump Chats. Acht Jump Chats. Acht Jump Chats. Acht Jump Chats. Genau. Die Royalty. Eins. Zwo. Drei. Vier. Zwo. Zwo. T acaba 16 Meta. 27 Meta. Ne? Das ist ja in Ordnung. So. Dem Barman noch. Mobili Tey. Mobili Tey. Mobili Tey. 分鐘. Oder ein Defensiv-Cyro, komm, da bauen wir ein Defensiv-Cyro ein, genau, und dann braucht wir noch Sensoren, ich habe eine Weapon-Range von 1.650, 1.650, gut, dann bauen wir die Powered ein, dann kann man auf 1.000, und dann fehlt uns aber noch bei Electronics eine Beagle-Aktiv-Probe, eventuell. Ja, schau, passt, 1.500, das ist doch in Ordnung. Targeting System, natürlich Energy, oder Advanced Energy, Energy Damage Modifier, plus 15%, ha, 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 okay, Cockpit, gepanzert natürlich, gepanzert, so, was habe ich vergessen, irgendwas habe nicht vergessen, äh, 160 Tage, äh, na klar, ein ECM, und Angel ECM, könnte ich noch einbauen, und dann schauen wir ganz gut aus, denke ich. Also tun wir noch eins darin und eins dorthin, und eins dorthin, das ist 5, mit einer Panzerung drauf, lower melee, und das ist noch drauf, das kaut, genau, es kaut, genau. Triple-Strange hätte ich den einbauen können, oder einen Supercharger, 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 Egal. Egal. So verbauen wir dann irgendetwas Sinnloses, damit es ein bisschen mehr ausschaut. So. Start. Muahahaha. Temple Pirates. Einfach toll. Komplett überzüchtet. Was ist los? Hallo? Q? Komm, Q. James Bonds Q. Der Quartier-Master. So. Paints Mech. Oh, was wird irgendeine schöne Lackierung? Pantitenlackierung. Ach da, schau. Heldenlackierung. Eine Heldenlackierung. Ja. Das kann man nehmen. Machen wir doch so. Passt. So. So. Hier. 6,75. 8,15. 8,15. 8,15. 8,15. War ich denn da? Weil es hier oben? Oder weil es dort? Jetzt bin ich ja hier unten. Ah komm, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Bestätigen. 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 Schließen. So. Mal schauen wir jetzt in Betelmech. In Hangarstelle. Okay. Den müssen wir doch sehen, wie der ausschaut. So. Atlas. Ähm. Jetzt füllen wir da hin. Jetzt füllen wir da hin. So. Ja, das ist der Ding. Das ist der. Da ist er ja. Das sportliche Gerät. 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 Auf der Schulter. Zwo. Auf der Schulter. Zwo. Auf der Schulter. Zwo. Aha. Interessant. Also sind mehr Energieteile verbaut, als auf dem Gehäuse angezeigt werden. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Oder? Das ist echt interessant. Wo sind wir bei dem eigentlich? Wo sitzen wir eigentlich da? Ganz oben oder da unten? Ich sehe da vorne, oder? Okay. Alles klar. Wird nicht korrekt dargestellt. Interessant. Ha. Okay. Ja mei, ist halt so. Ist halt so. So. Auf neu beenden.